Einen wunderschönen Lost-in-Time-Morgen. Willkommen bei Bugs Bunny Lost-in-Time. Ich hoffe ihr habt wunderbar geschlafen, meine lieben Freunde. Ich nehme es heute auf, nachdem ich gespeichert hatte und vielleicht wieder alles vergessen habe. Hat funktioniert? Oh, was steht hier? Gefahr, verlassens Bergwerk, betreten verboten. Schön für dich. Die gehen rein. Mein auf mal. Ah. Ups. Sams Caves. Ah, ich hasse es, erkältet zu sein. Mein erster Gedanke. Spring. So, ich hoffe ich ringe alle mit. Sonst muss ich dieses Scheißlevel nochmal machen. Hätte ich nicht so gut, dass er Fehler ist dazu. Oh, wenn ich sterbe, muss ich eh von vorne anfangen, oder? Mach ich das denn kurz, bevor ich in meinen Bereich betrete? Wäre doch die Idee, oder? Oder komme ich auch einmal zurück? Nein, ich komme sogar zurück. Okay, ich muss mich nicht umbringen. Ich muss jetzt die Weiche so stellen, dass ich dann einen Ausgang kriege. Dead End. Aber ich mag die Musik. Tatsache, die gefällt mir. What the fack, mir gefällt die Musik so richtig. Uh. Da stellen wir mal nicht die Weiche? Meine Fresse. Kannst du knicken. ich höre ungerne was da passt nur als es mich gerade gejuckt hat scheiße geil war das jetzt so richtig glaube nicht jetzt eigentlich komplett machen doch scheiß drauf eine kiste ist immer ne kurater drin aber mir gefällt das level dieser in diesem mal gefällt es mir tatsächlich hat was ist aufregend das hat spannung und ist lustig das erinnert mich sogar an indiana jones wie bücke ich mich ach so ok ja das erinnert mich voll an indiana jones und ich habe jetzt herausgefühlt wie bücke nicht lustig aus sogar gut gemacht nein nein hab ich das ding mitgenommen aber jetzt krieg ich auch noch die chance das scheiß Ding mitzunehmen naja hab ich die chance nicht mitzunehmen so merke nicht hauen nicht gegen klatschen mit der birne nicht so machen nicht beim ersten ja 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 es hat schon immer so eine perfekte gegende jetzt kannst du dich umbringen du hast deinen tat verpasst ich glaube ich mag das dann aufs screen immer spannend muss ich einfach von vorne anfangen wenn ich mich immer treffen lasse ich muss noch vorne anfangen bitte 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 war eine hackmikiste die ich veressen habe bitte mein arsch drauf ja 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 ich bin kein das ist also in meinem arsch drauf Oh, mein Stargate hat sich gerade abgeschaltet. Ja, ich habe mein Stargate mit einem Stromkastor verbunden. Und LEDs dran gemacht, damit es leuchtet. Sieht schön aus. Ein Lego Stargate, ich bin sehr stolz drauf. Leider sind mir alle blauen LEDs kaputt gegangen. Ich muss jetzt auf rot ausweichen. Bis jetzt habe ich noch keine neuen Widerstände, um das mal eben zu erledigen. Sonst werde ich wieder eine blaue LED-Kette reinmachen. Oh, wir haben ein Lego Stargate, die alle kaputt gegangen sind. Blablabla. 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 Scheiße. Ja, ich weiß. Du hast ein paar Sachen zurückgelassen. Ist du in deinem Level? Lass mich deine Position für dich halten. Danke. Du bist ein Arsch. Danke, Merl. Mach's gut. Ja, Wiedersehen, Merl. Dann müssen wir dich erst nochmal neu machen. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Der Eingang ist offen, wenn ich verstehe, dass ich nicht nochmal... Ach, leid mich. Okay, machen wir nochmal. Ihr habt wieder mal Akashis Erlaubnis. Weiter zu spüren. Und das ist eine Exklusiv-Erlaubnis. Freut euch drauf, die kriegt ihr nicht immer. Nur in solchen Fällen kriegt ihr diese Exklusiv-Erlaubnis auch mal vorspüren zu dürfen. Ja. Und ich mir gerade denke, ganz hart leck mich am Arsch. Ich hab Hunger. Gut, das sind keine Exklusiv-Erlaubnis. Schön. Ich hab Hunger. Immer noch. Also, das ist aber auch ein zweites Durchlauf. Wir wollen jetzt erstmal dich. So. Wenigstens muss ich nichts werfen. Wenigstens. Denn ich geh schon wieder so weit zurück von mir vor vorn. Sag mir das noch einer. Dass ich wieder so weit weggehe. Ach, das Kabel wieder verziehen muss. Dritter Durchlauf. Wie hart mir gerade die Lust vergeht. Das war eh leer. So. Ich krieg dich schon, scheiß Kiste. Keine Sorge. Ich krieg dich. Ich habe eine Vergessen. Das ärgert mich so sehr. Ich wusste doch. Die letzte war ich. Ich wusste es. Ich wusste es. Vielleicht sollte ich auch für mich zu weigern, beim Playstation-Emulator mit Quick-Safes zu arbeiten. Aber hey, habe ich das Grafik-Plug in die Schönen umgeschrieben? Sieht es nicht so wunderschön aus? Ja, sieht es. Ah, wie habe ich das gemacht? Ja, ich habe die Leistung hochgedreht des Quick-Plugns. Hat ihm mehr Möglichkeiten und Fähigkeiten gegeben. Oh, wow. Kashi, das hast du aber geil gemacht. Oh ja, ich weiß, Leute. Ich weiß. Wenn ich auch sehr schnell drauf habe, dass ich einfach mal so eine ganze Woche lang rumgeschrätselt habe, um das perfekt zu machen. Ach ja, wir sollten ja weg. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß. lache lustig gib gib und stirb check setz tritt ich wurde mit dem sprung aufgehalten nimm lauf zünd an weg springen springen ich darf schon wieder sprengen gefällt kashi aber so gar nicht ich glaube ich will adams-familie gerade gucken irgendwie habe ich letztens einen der ganzen adams-familie auf den 5 gesehen ich dachte mir warum habe ich eigentlich nicht alle gesehen musst du mal nachholen ne was ich echt mal tun denke ich mir gerade reicht es vielleicht einmal zu sprengen bitte ach leck mich ach du bist wieder neuter schön ich glaube ich überziehe ein bisschen ja ich glaube ich überziehe ich meine es ist meine schuld ich habe die scheiße versaut wenn ich einmal nicht gesprungen bin es ist meine schuld und ich möchte auch nicht dass meine abonnenten und zufahler darunter leiden das ist schon genug dass euch den gemist wiedergeben ist das ganze level normal ja zweiter abschnitt springen ja ich glaube ich überziehe ich glaube ich überziehe ich glaube ich überziehe ja 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 egal wenn ich das level jetzt durch haben scheißegal wie so hier können wir dran ausfahren Wir haben schon einmal abgeklatscht, brauchen wir also kein zweites Mal Zack War geil, dass mein Zoom-Controller vibriert, find ich immer noch geil So Ich darf mir hier das abklatschen nicht vergessen Klatsch Jetzt lass ich klatsch bei EMF-Harm ab Scheiß auf die Kissen Das Fässer Glaubt man schon, 99 Ich darf jetzt hier nicht abklatschen Hier muss ich Bitte sag mir, ich machs richtig Du kriegst sonst nen Schreikrampf Den übelsten Ich hab echt ein beschissenes Gedächtnis So, hier darf ich Nicht abklatschen Jetzt darf ich Nicht abklatschen Jetzt muss ich 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 abklatschen Schnell prüfen, 41, 41 Es fehlt nur noch eine ECMIC-Kiste Ja, ich habe es richtig gemacht und ich überziehe gerade für euch Schön Darf ich die letzte ECMIC-Kiste nicht verpassen, ansonsten trete ich mir so fest in den Arsch Dass mein Fuß wieder aus meinem Hals wieder rausguckt Au Achtet drauf, letzte ECMIC-Kiste Au Da sind wir wieder, ich habe sogar ganze viermal verkackt Ja Unfassbar, oder? Viermal Ja Jetzt können wir das Level mit Freuden beenden Ich habe es viermal verkackt, alter Ich musste dieses ganze Level noch weitere Male machen Es war so raunvoll So Jetzt schlagen wir aber Sam in den Dortmund und Hamlet Oh Gott Es war immer das Problem, der Wichser hat mich abgedrängt Wie kann ich mir die Kiste nicht holen? Jetzt haben wir den Scheiß Ich bin so glücklich Ich bin so verdammt glücklich Ich habe mich die ganze Zeit abgedrängt, das ist so unmöglich Aber jetzt haben wir die Uhr Dann haben wir das Level vollständig Jetzt sehen wir unseren Sender an Und dann lege ich mich schlafen Im Ernst, ich habe keinen Bock mehr Da haben wir uns auf Kelle das Bär So Es ist schon 23 Uhr Kein Bock mehr So Ich nehme mal abends auf, was man merkt schon Also sogar nach dem viermal verkacken, keine Bock Aber da habe ich dann heute das hinten hinbekommen Danke So, nachdem ich jetzt das Regen gehabt bekommen habe Jetzt ich schon reingeschnitten habe Bin ich glücklich Speicher jetzt und sage dann Gute Nacht Danke Merl Ich liebe dich Tschüss Vielen Dank meine lieben Zuschauer, dass ihr so viel Geduld hattet Ich hoffe es hat euch trotzdem Spaß gemacht Falls es euch gefallen hat, dass mir ein Feedback da ein Daumen dauert oder ein Abo Und ich klicke mich jetzt schlafen Es ist ja jetzt schon 23 Uhr, also bis denn Haut rein, euer Castellator Habt Spaß, guckt euch immer meine anderen LPs an Und tschüss Tschüss